Der Vater von Adolf Loos war Steinmetz in Brünn. Dies sind Steine aus seiner Werkstatt. Das Geburtshaus von Adolf Loos existiert nicht mehr. Es stand einmal an dieser Stelle. Heute erheben sich hier die 14 Stockwerke des Hotels Continental. Das Geburtshaus von Adolf Loos ist in der Nähe von Adolf Loos. Das Geburtshaus von Adolf Loos ist in der Nähe von Adolf Loos. Das Geburtshaus von Adolf Loos useigt San Josefon Karmann. Wo ist die 9. Jäuze? Aufheida, ich bin der Niveau. Ich bin der Niveau.